Die Digitalisierung ist ein bestimmendes Thema unserer Zeit. Auch Condor weitet sein Angebot an digitaler Vertriebsunterstützung beständig aus und bietet Ihnen damit wichtige digitale Mehrwerte. Lernen Sie unseren neuen Webrechner kennen, für die Arbeit im Büro oder auch mobil. Er hält alle Condor LV-Tarife zur Tarifierung, Angebotserstellung und Beantragung für Sie bereit. Unseren Webrechner finden Sie im Maklerportal. Zusammen mit weiteren Informationen zu Produkten, tollen Vertriebsansätzen sowie der Möglichkeit der Vertragsauskunft. Die BIPRO Web Services liefern Ihnen Daten und Dokumente Ihrer Condor Kunden direkt an Ihr Verwaltungsprogramm. Die Digitalisierung schreitet voran und wir gehen mit. Digitale Vertriebsunterstützung von Condor für Sie. Jetzt direkt im Maklerportal einloggen und testen.